In den vergangenen 15 Jahren haben wir die Ultraschall-Technologie perfektioniert. Wir haben die besten Gaszähler auf den Markt gebracht. Wir haben unseren Kunden zugehört. Wir haben verstanden und den besten Gaszähler noch besser gemacht. Wir präsentieren Flosik 600 XT. Dank neuester Ultraschall-Sensor-Technologie noch unempfindlicher gegenüber Störgeräuschen. Das direkte Pfadlayout garantiert höchst präzise Messungen, selbst bei Korrosion oder Verschmutzung. Ändern sich Betriebsbedingungen, kompensiert der integrierte Druck- und Temperatursensor Gasverluste, indem er die Messwerte automatisch korrigiert. Dank Eye Diagnostics überwacht sich Flosik von selbst. Werden Veränderungen im Anlagenzustand erkannt, teilt Flosik das sofort mit und der integrierte Lösungsassistent sorgt für schnelle Hilfe. Neben den gängigen Schnittstellen bietet Flosik nun auch ein Infrarot-Interface. Über den Adapter können Messwert und Diagnosedaten im Handumdrehen auf einen Laptop oder ein Tablet übertragen und ausgewertet werden. Und das Beste. Dank Power-in-Technologie misst Flosik selbst bei Stromausfall weiter. Der Leistungsbedarf der gesamten Elektronik wird reduziert und die integrierte Backup-Batterie übernimmt die Energieversorgung. Bis zu drei Wochen lang. Flosik 600 XT gibt es in vier Ausführungen als Einzel- oder Systemlösung. Perfekt auf Ihre Kundenbedürfnisse abgestimmt. Gehen Sie bei der Wahl des richtigen Gaszählers keine Kompromisse ein.